Hi, es ist wieder Pam von der Brettspielgarde und heute habe ich hier wieder die Andrea zu Gast. Hallo! Hallo! Ja, und natürlich reden wir heute auch über die Neuheiten, die ihr auf dem Spiel habt. Wir haben es ein bisschen eingegrenzt, weil ansonsten dauert das Video gleich zwei Stunden. Wäre sicherlich auch schön, aber ihr habt ja ein sehr großes Portfolio anspielen und du hast dir ein paar schöne Pics rausgesucht, wie du mir vorhin gesagt hast. Da bin ich ganz gespannt drauf. Vorab die Info erstmal, wo seid ihr zu finden auf dem Spiel? Wir sind zu finden auf dem Spiel, wo wir letztes Jahr auch waren. Das ist die Halle 6 und das ist der Stand B300. Das ist tatsächlich exakt die gleiche Fläche wie letztes Jahr. Ja, und man kann bei euch Spiele testen, man kann Spiele mitnehmen. Und du hast mir vorhin auch schon gesagt, dass man mal die Neuheiten sofort mitnehmen kann. Genau, ja, wir haben uns da auch ein bisschen natürlich bei anderen orientiert. Wir haben bisher Neuheiten nicht direkt verkauft, sondern eben über die Händler vor Ort verkauft. Dieses Jahr trauen wir uns und verkaufen auch die Neuheiten vor Ort. Haben das auf der BerlinCon schon ein bisschen angetestet und werden das jetzt eben auch machen. Und ja, freuen uns auf viele Besucher. Ja, das auf jeden Fall. Wir kommen auf jeden Fall auch vorbei. Ich finde es auch praktischer so, weil es ist ja wirklich so, man spielt das Spiel, es gefällt einem, man will es mitnehmen. Und da muss man noch woanders hinlaufen. Ist auch einfach einfacher dann. Genau, also normalerweise, wir haben das echt immer versucht, möglichst gut zu organisieren. Wir hatten auch wirklich immer Listen und konnten zu den Leuten sagen, ihr müsst dahin gehen, ihr müsst dahin gehen. Zum Teil weißt du aber halt einfach auch selber, wie es ist. Du gehst irgendwie drei Gänge weiter und dann siehst du was anderes, bist abgelenkt und dann ist das einfach auch wieder weg. Also genau, aber wir sind da jetzt natürlich einfach auch gespannt, wie das alles abläuft. Ja, sehr schön. Und ja, du hast natürlich Spiele bzw. ihr habt Spiele dabei. Dann erzähl mal, was kannst du uns denn empfehlen? Also empfehlen kann ich euch natürlich alles, ja. Aber wie du schon festgestellt hast, genau, unser Programm ist recht umfangreich. Wir haben ja auch noch zudem sehr viele tolle Vertriebspartner dabei. Und ich habe euch jetzt aber eine Auswahl von den Hochtiteln hier mitgebracht. Seht ihr auch im Hintergrund. Genau, und eins von diesen Spielen ist der Campus Galli. Über den Campus Galli hat man schon hier und da ein bisschen etwas gehört. Das Spiel kommt dann auch ganz frisch auf die Messe und ist da im Idealfall dann auch zu kaufen. Der Campus Galli ist ein Strategiespiel. Es dreht sich um den Klosterbau. Das ist jetzt alles, hat man alles schon mal irgendwo gehört oder gesehen, aber hat natürlich viele schöne Wendungen, die uns sehr gut gefallen haben. Das Spiel spielen wir über drei Level hinweg und das baut alles schön aufeinander auf. Das heißt, im ersten Level lernen wir so, wie man baut. Wir haben hier eben so Tetris-ähnliche Teile, die wir eben auf den Klosterplan bauen. Wir machen das gemeinsam. Es gibt aber auch eine kooperative als auch eine kompetitive Spielweise. Also entweder versuchen wir gemeinsam bestimmte Punktezahl zu erreichen oder wir versuchen natürlich jeder selber möglichst viel zu erwirtschaften. In der ersten Phase fangen wir an zu bauen. In der zweiten Phase können wir dann einfach noch mehr machen. Da können wir dann zum Beispiel auch Bücher für die Bibliothek schreiben und uns einfach weiter hier einbringen und im dritten Level kommen dann einfach noch Ereignisse dazu. Der Campus Galli hat für uns ganz viele tolle Begebenheiten, nämlich für alle, die es nicht wissen, den Campus Galli gibt es in echt in Messkirch. Das ist eine historische Baustelle, in der eben ein Kloster mit den mit den Möglichkeiten und Gerätschaften aus der damaligen Zeit gebaut wird. Also das kann man besuchen, das kann man sich alles anschauen und der Campus Galli, der Bauplan des Campus Galli ruht auf den St. Gallener Klosterplan. Das ist der älteste Klosterplan der Welt und dieser Plan ist eben auch in diesem Spiel mit eingebaut und hat für uns also wirklich ganz, ganz viele Eigenheiten, die wir sehr, sehr schön finden und die auch sehr schön rübergebracht sind. Gleichzeitig gibt es in dem Spiel einfach viele kleine Eigenheiten. Ich habe ja schon gesagt, wir haben hier Tetris-Teile, die wir eben auf dem Spielplan einbauen. Sollte ich eventuell ein bisschen mies gebaut haben und so viel Platz auf dem Spielplan übrig haben, dass es nicht mehr möglich ist, da ordentlichen Teil einzubauen, dann muss ich eine Spielfigur von mir dort platzieren. Das ist dann ein Mönch, der sich da zum Schlafen hingelegt hat. Das fanden die vielleicht auch ganz gut, bringt mir aber Minuspunkte, wenn das passiert war. Ja, das sieht keiner so gern, wenn die Mönche da sich im Leben schlafen. Kann ich auf eine andere Art und Weise wieder ausgleichen, aber hat für uns so einige Augenzwinker dabei, die wir sehr, sehr schön finden. Klingt auf jeden Fall interessant, vor allem auch geschichtlich interessant. Wir haben ja richtig was gelernt hier bei dem Video. Genau, und ihr könnt natürlich auch nach Messkirch auf die Baustelle fahren und euch das da auch anschauen. Das ist auf jeden Fall auch ganz, ganz toll. Und durch diesen ganzen Hintergrund und dadurch, dass das eben auch alles sehr schön angefüttert ist, gibt es da einfach auch viele Unterstützer von dem ganzen Projekt, also St. Gallen eben voran. Der Autor Steffen Bogen hatte jetzt am Donnerstag erst noch ein Interview auch mit dem SWR dazu. Also da passiert auch viel drumherum. Ja, witzig. Ich würde wahrscheinlich die kooperative Variante vorziehen, weil ich bin immer sehr schlecht im Tetris gewesen. Also deswegen, es baut schön aufeinander auf und gerade im ersten Level ist es eigentlich sogar ein Familienspiel. Aber es wird halt einfach immer umfangreicher und umfassender. Deswegen, also glaube ich, kommst du gut rein. Kannst du mir dann danach mal sagen, ob du wirklich im kooperativen Modus lieber spielst. Okay, das mache ich. Und das geht dann sonst mehr so ein bisschen Richtung Kennerspiel schon, oder? Also es ist ein Strategiespiel. Ich finde, durch den Einstieg ist es einfach sehr, sehr gut gelungen und sehr rund. Ja, Strategiespiel, Kennerspiel ist ja dann meistens einfach schon noch mal mehr. Also ich glaube, es ist ein sehr gut ausgewogenes Strategiespiel. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt drauf. Und du hast natürlich noch was dabei. Genau, ich bleibe noch beim Strategiespiel. Die meisten werden es hoffentlich ja schon mitgekriegt haben. Wir haben von den Rajas of the Gang. Es ist ein neues Spiel am Start. Wohlgemerkt ein komplett eigenständiges Spiel. Keine Erweiterung. Das Rajas of the Gang is Karts and Karma. So. Es ist ein Kartenspiel. Und es ist die Kartenspiel-Variante von Rajas of the Gang is. Und wie auch beim Würfelspiel vorher, lehne ich mich gerne so weit aus dem Fenster raus, dass ich sage, es ist ein komplett eigenständiges Spiel. Du kannst es spielen, wenn du das Grundspiel nicht kennst. Aber es hat die ganzen Themen aus dem Grundspiel dabei. Es geht nach wie vor um Ruhm und aber eben auch um Ruhmespunkte. Ich kann nach wie vor Gebäude bauen. Ich kann Rohstoffe erwirtschaften. Ich kann Palastaktionen machen. Und das Ganze aber eben als ein Kartenspiel umgemünzt. Als eigenständiges, wunderbares neues Mitglied in der Rajas Familie. Ja. Es kann gar nicht genug Spiele mit dem Thema geben. Natürlich auch wieder von Inka und Markus Brand. Genau. Genau. Ich bin auch schon am überlegen, was gibt es denn noch, was sie noch nicht gemacht haben mit dem Partner. Es ist gar nichts mehr über, glaube ich. Oder vielleicht so ein Flipspiel oder so. Ja, ja, ja. Also ja, genau. Also mal gucken. Mal gucken. Wir warten mal ab, was Inka und Markus noch dazu einfällt. Aber ja, das ist auf jeden Fall echt eine ganz tolle Variante von Rajas of the Ganges. Und wenn uns denn die Logistik auch treu ist, dann können wir es auf jeden Fall auch schon in Essen verkaufen und hätten dann eben auch, wenn dann alles gut läuft, immer kurz vor Essen sagen alle Verlage, wenn alles gut läuft, dann werden wir auch ein kleines Goodie noch dabei haben. Es gibt den Startspielerelefanten. Bei uns intern ist das der Statufand. Und der Statufand ist eben im Spiel selber als Plättchen und haben wir aber dann auch als kleinen Token noch dabei, den man dann eben auch zum Spiel dazu bekommt bei uns. Ja, sehr cool. Statufand mit Sie bis dort, ja. Ja, wir müssen manchmal aufpassen, dass das auch noch irgendwie anders heißt. Für uns ist der Statufand. Steht sogar aber auch in der Anleitung als Statufand. Ah, okay. Neue Tierrasse. Ja, genau. Eine sehr wichtige Tierrasse würde ich auch. Ja, eine Brettspiel-Tierrasse. Ja. Damit könnte man doch was machen. Auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Und? Genau. Und jetzt hatte ich zwei Strategiespiele und gehe noch zum Familienspiel über. Da habe ich das Spiel Clans & Glory für euch dabei. In Clans & Glory sind wir in den schottischen Highlands und sind hier auf einer großen Versammlung. Und bei einer Versammlung geht es ja auch oft darum, wer sitzt denn wo. Letztendlich haben wir hier eine große Tafel vor uns ausliegen. Jeder Spieler hat Karten auf der Hand von Clan-Mitgliedern, die haben eine bestimmte Farbe und einen bestimmten Wert. Und wir platzieren die Reihe um an dieser Tafel, können auch auf die einzelnen Tafeln noch ein Schild von uns legen und möchten einfach bei Spielende unsere Karten so verteilt haben, dass wir möglichst viele Punkte bekommen. Es gibt dazu natürlich irgendwie einige Kniffe und einige Möglichkeiten meinen Mitspieler zu ärgern. Ist aber auf jeden Fall ein flottes, sehr schönes Spiel, auf das wir uns sehr freuen. Ja, klingt auf jeden Fall auch sehr schön. Ich finde auch, ihr habt immer sehr schöne Familienspiele. Auch krass, so kleine mit so besonderen Kniff. Oberbocken, so ein Kandidat. Ja, genau, genau, genau. Und da, also wir hatten uns ja eigentlich im Vorfeld auf drei Spiele-Empfehlungen geeinigt. Aber so wie das bei uns ist, es gibt halt genug im Portfolio. Und weil du sagst, oh, kleine schöne Familienspiele, habe ich auch noch einen Tipp. Ein Spiel, das ihr zwar in Essen bei uns spielen könnt, aber leider noch nicht kaufen könnt. Das kommt nämlich leider erst im November zu uns. Aber es lohnt sich total drauf zu warten. Das ist nämlich der Hofverrat. Und der Hofverrat ist ein ganz tolles Familien-Ärgerspiel mit auch einer wunderschönen Ausstattung. Wir haben einen kleinen Tischläufer in der Mitte liegen, der uns eine adelige Tafel zeigt mit auch verschiedenen Königshäusern, die hier Platz nehmen. Und es ist total einfach, was ich in dem Spiel mache. Ich habe in dem Spiel drei Karten auf der Hand. Und immer wenn ich dran bin, muss ich eine Karte an die königliche Tafel legen und einer Familie zuordnen. Eine Karte spiele ich bei mir aus und eine Karte spiele ich bei einem Mitspieler dazu. Wir haben dabei geheime Aufgaben. Wir möchten zum Beispiel, dass eine bestimmte Familie in Ungnade fällt oder wir möchten, dass eine Familie besonders angesehen ist. Und das können wir halt mit jedem unserer Züge hier beeinflussen. Und das funktioniert wahnsinnig schnell. Es ist immer wieder witzig beim Erklären, wenn man sagt, du hast diese drei Karten und diese drei Karten verteilst du. Und das ist es. Aber es gibt natürlich irgendwie wahnsinnig viel, was da nebenbei passiert oder was man beachten kann und macht ganz, ganz viel Spaß. Und wir freuen uns total drauf, wenn das dann im November kommt. Ja, klingt auf jeden Fall auch sehr spannend. Ich mag ja eh so kleine, so ein bisschen Deduktion, weil man wahrscheinlich hat ja jeder einen anderen Auftrag quasi. Ja, genau. Genau. Und natürlich eventuell auch widersprüchliche. Genau. Das werdet ihr dann merken. Genau. Und sieht einfach auch ganz toll aus. Und jetzt muss ich ja sagen, oh sorry, jetzt hast du auch noch Deduktion gesagt. Da hätte ich noch eine kleine Empfehlung. Hau raus. Ja, Deduktion. Wir haben Verräter an Bord dabei. Verräter an Bord wird auch schon in Essen zu kaufen sein. Und Verräter an Bord ist ein Deduktionsspiel mit Piratenthema. Und passend dazu wird es bei uns auch einen Piratenhut geben. Also wenn ihr das Spiel bei uns kauft, gibt es noch einen Piratenhut dazu. Und ja, in Verräter an Bord sitzen wir am Tisch. Jeder hat eine geheime Rolle. Es gibt Meuterer und es gibt Piraten. Und immer wenn man dran ist, muss man eine Karte ausspielen, kann damit seine Mitspieler auf die Planke schon mal langsam schicken oder kann Gold in die große Truhe einzahlen. Die Piraten möchten diese Goldtruhe irgendwann öffnen und einen bestimmten Wert an Goldmünzen da drin finden. Und die Meuterer möchten, dass die Piraten diese Truhe zu früh öffnen oder öffnen mit dem falschen Wert und so weiter. Und so taktieren wir uns gegenseitig ein bisschen und versuchen rauszukriegen, wer denn hier eigentlich jetzt die Wahrheit sagt. Und das funktioniert toll, hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, ist vor allem auch zu essen schon verfügbar. Jetzt bin ich ein bisschen von meinen drei Spielen abgekommen. Aber ihr werdet es verstehen, wenn ihr es seht. Das sind tolle Spiele. Also es klingt auf jeden Fall auch gerade das Letzte. Da würde ich am liebsten jetzt schon eine Runde zusammentrommeln. Mit wie vielen Leuten kann man das spielen? Ah, da müsste ich tatsächlich nochmal nachgucken. Ich glaube, du kannst mit bis zu acht Personen spielen. Ich gucke hier ganz elegant nebenbei nach. Genau. Aber das ist natürlich auch der Punkt. Also ich finde, das muss ja bei solchen Spielen auch so sein, dass du das auf jeden Fall mit mehreren Leuten spielen kannst. Ah ja, guck mal. Und ich habe es auch richtig gesagt. Mit bis zu acht Personen. Und ab wie viel? Ab wie vielen Jahren? Ab wie vielen Personen meine ich? Ach so. Drei Personen. Ah ja, okay. Das finde ich auch ganz schön. Muss ich ganz erst sagen, weil viele Direktionsspiele gehen ja erst mit wahrscheinlich sechs Spielern so, ne? Ja, genau. Wenn man auch so ein paar hat, die man vielleicht mit drei oder so viert schon spielen kann, ne? Ja, genau. Also ich würde jetzt behaupten, ich weiß nicht, ob wir es schon mal zu dritt gespielt haben. Also oft hast du ja gerade so dieses dann mit drei Personen. Gut, dann musst du es halt erstmal irgendwie an Fahrt gewinnen. Also das ist natürlich ein Spiel, das gewinnt mit jedem Mitspieler mehr, weil du einfach noch mehr Verwirrung stiften kannst. Ja. Also schreibt gerne mal in die Kommentare, wer hat Lust, das zu spielen, dann treffen wir uns am Hochstand. Ah, super. Mit Piratenhut. Ja, genau. Und dann unterhalten wir uns natürlich nur noch piratisch. Oh ja. Oh ja. Ja, bitte. Unbedingt. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Also sehr schöne Spiele und vor allem auch viele unterschiedliche Spiele dabei. Und ihr habt natürlich noch sehr viele mehr. Das hast du ja auch vorhin schon gesagt. Ihr habt ja auch Vertriebsfaden und so weiter. Also man kann eigentlich den ganzen Tag auf der Spiel einfach nur bei euch bleiben. Ja, wäre völlig in Ordnung. Also ja gut, ich meine, irgendwann werden wahrscheinlich, also ja, wir haben auch nur eine begrenzte Anzahl anzusetzen. Aber klar, rein theoretisch könnt ihr auch die ganze Zeit da bleiben. Ja, sehr schön. Wir freuen uns drauf und schauen auf jeden Fall vorbei. Und natürlich haben wir heute auch was für euch Zuschauer, beziehungsweise für einen oder eine von euch. Und ja, Andrea hat sich was Tolles überlegt, finde ich. Erzähl mal. Ja, wir haben uns halt grundsätzlich überlegt, ja, ein Verlosungsexemplar und ja, ein Kombi mit einer Frage. Und für uns ist es natürlich immer spannend irgendwie zu fragen. Hey, jetzt habe ich euch fünf Spiele vorgestellt. Auf welches davon freut ihr euch denn am meisten? Und haben jetzt gesagt, eigentlich wird es ja nur Sinn ergeben, dass ihr dann auch genau dieses Spiel gewinnen könnt. Also das heißt, wir stellen es euch frei. Es sind fünf Titel. Ihr sagt, auf welchen ihr euch denn am meisten freut. Und dann, wie gesagt, vier sind auf jeden Fall zu essen lieferbar. Bei Hofverrat müsst ihr euch bis November gedulden. Aber wer sich Hofverrat wünscht und gewinnt, bekommt das dann natürlich im November noch nachgeliefert. Genau. Also schreibt es gerne mal. Ich bin gespannt. Also wirklich dann auch nur ein Spiel schreiben. Und wenn ihr mitmacht, akzeptiert ihr automatisch die Teilnahmebedingungen. Da steht auch nochmal alles in der Videobeschreibung. Ja, super. Dann vielen Dank. Also wir schauen uns auf jeden Fall alle Spiele an. Okay. Also ihr bleibt zwei Tage. Genau. Ich muss mal eben Hotel anrufen, muss ein bisschen verlängern hier. Das machen die gerne, glaube ich. Ich glaube auch. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Dann weiterhin noch viel Erfolg mit tollen Spielen natürlich. Wir sind gespannt, was dann auch zum Frühjahr wieder rauskommt und so weiter. Und bleiben natürlich am Ball bei euch. Und ja, dann vielen Dank. Und dann bleibt mit, um zu sagen, dass ihr mich dann spätestens im nächsten Video seht. Alle für Brettspiele. Und ein Brettspiel für alle. Bis dann. Tschüss. Super. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.